Was ist das für ein Spiel? Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Wir haben ein paar Minuten gebraucht. Aber ich glaube, ab der 15. oder 20. Minute sind wir dann richtig gut reingekommen. Wir waren aktiv, haben die Zweikämpfe gewonnen. Wir haben dann auch richtig gute Chancen rausspielt. Eine Elfer gehabt, leider nicht verwertet. Nichtsdestotrotz haben wir auch die zweite Halbzeit, wenn wir die spielbestimmende Mannschaft haben. Aber es hat heute leider nicht sein sollen. Ja, Knackpunkt. Ich glaube, wir haben nach dem Elfer auch noch ein paar Chancen gehabt. Ich glaube jetzt nicht, dass das Spiel entscheidend war. Natürlich hätte es geholfen, wenn wir 1-0 vorne waren. Aber nichtsdestotrotz hätten wir danach noch genug Tore machen können. Das Tor war dann einfach wieder zu leicht. Da müssen wir härtend in die Zweikämpfe gehen. Der darf dann nicht so frei zum Schuss kommen. Aber wir haben dann trotzdem nach dem 1-0 weiter. Wir wollten heute unbedingt den Abschluss vom Halbjahr positiv beenden. Aber ja, wie gesagt, es hat einfach nicht sein sollen, Leute. Ja, absolut. Also ich glaube, man hat gesehen, dass die Mannschaft absolut willig ist. Wir waren extrem gut auf das Spiel eingestellt. Wir haben uns voll reinkaut. Und ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir dann die Vorbereitung haben und dann die Rückrunde, da werden wir auf jeden Fall um einiges gefährlicher sein, um einiges mehr mitnehmen. Und ich glaube, dass die Gegner dann vor uns viel mehr Angst haben müssen. Ja, tut natürlich weh. Ich meine, wir alle haben uns viel vorgenommen, haben uns mehr erhofft. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit sehr verhalten waren. Man hat eine gewisse Verunsicherung in der Mannschaft gespürt. Da haben wir ein bisschen zu lang gebraucht, auch für unsere Lösungen. Zweite Halbzeit griffiger, frischer nach vorne, uns auch Möglichkeiten rausgespielt. Natürlich ist es schade, dass wir den Elfer nicht machen, kurz vor der Halbzeit. Und ja, dass der Lattenschuss dann nicht reingeht. Dennoch glaube ich, dass man, ja, um dann tatsächlich einen Dreier mitzunehmen, das unterm Strich dann doch ein bisschen zu wenig war gegen eine sehr junge Red Bull-Mannschaft, die absolut Qualität hat. Aber da muss man dann doch über 90 Minuten stabiler und griffiger ans Werke gehen. Dennoch muss ich sagen, was mich sehr positiv stimmt. Wir haben eine Mannschaft am Platz gesehen, die sich reinhaut, die füreinander da ist, die das unbedingt drehen wollte, das Spiel, und sich schlussendlich dann doch nicht belohnen konnte. Und das nehmen wir mit in diese, leider Gottes, mir persönlich zu lange Pause. Wir werden versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, das wird uns auch gelingen. Und absolut aus dieser Underdog-Position, in die wir jetzt reingerutscht sind, versuchen, uns wieder Endspiele zu erarbeiten im Frühjahr. Ich bin noch nieder. Ich bin jetzt den Platz drangen. Sie müssen uns in den Jacques beherrsch. Ich bin noch nieder.